Das ist Matthias Heckenberger, Gewinner des Ceres Award 2015 in der Kategorie Junglandwirte. Mit den Kennzahlen seines Betriebs war er vor einigen Jahren unzufrieden. Von damals wuchs der finanzielle Druck und Matthias Heckenberger hat während der Meisterausbildung intensiv über die Optimierung des Betriebs nachgedacht. Sein Ziel war die Verbesserung des Grünlands. Denn eine hohe Milchleistung aus dem Grundfutter reduziert den Kraftfutteraufwand und senkt die Produktionskosten je Kilogramm Milch. Die Lösung war eine Grünland Verbesserung durch regelmäßige Neuansaat und Nachsaat mit dem Güttler Greenmaster. Dies ist eine einzigartige 5 in 1 Kombination, bei der sich Walze und Striegel auch getrennt einsetzen lassen. Durch das Auskämmen der Ungräser, vor allem der gemeinen Rispe, beobachtet er deutliche Mehrerträge. Den Greenmaster kann er aber auch auf dem Acker einsetzen. Zur Anregung der Bestockung mit der patentierten Prismenwalze, zur Maiszünslerbekämpfung oder als pneumatisches Ziergerät zur Nachsaat von Zwischenfrüchten. Die Ergebnisse von Matthias Heckenberger können sich sehen lassen. Die Grünlanderträge hat er fast verdoppelt und melkt über 5000 Kilo Milch aus dem Grundfutter. Der Kraftfutteraufwand wurde deutlich gesenkt und die Milchleistung um 3000 Kilo auf 10.400 Kilo pro Kuh und Jahr gesteigert. Sie sehen, das Geld liegt auf der Wiese. Sprechen Sie uns an!